Willkommen zu einer neuen Jillian Runde Space Engineers von Key Software House hier beim Innenausbau. Letzte Runde haben wir noch festgestellt, dass der einst zu weit drin ist. Dann knoppeln wir den gleich wieder raus. Setzen hier nochmal so ein Stalding hin. Setzen den dann hier hin. Schrauben den fest. Jawohl, da haben wir den. So, dann brauchen wir hier noch eine Reihe. Nein, da. Rüber. Nimm mal den wieder weg. Eins. Ausmalen kann ich die Wand dann später noch und so. Jetzt geht es erstmal nur darum, dass unsere Montageanlage und sowas ein bisschen geschützt ist. Und hier oben drauf werden wir uns dann gleich noch ein Geschütztürmchen draufbauen. Drei. Das musste sein, oder? So. Fertig. Wir brauchen sechs. Auf jeden Fall. Einen. Den brauchen wir davon. Eins, zwei, drei, vier. Bauen die hier dran. Da dran. Da dran. Da dran. Und da dran. Da drunter. Jawohl. Das sind die Vieren. Das müssen wir hier eine Vorderleitung nach oben haben. Jawohl. Jawohl. Hier bauen wir den raus. Jawohl. Genau. Den da raus. Bauen. So einen rein. Genau. Rein machst du, Seite. Sechs. Und... Nein. Nein. Andere Richtung. Jawohl. Da hin. So. Reicht das? Jawohl. Und damit soll das verbunden sein. Bip, 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 bip. So. Geh. Waffen. Wo haben wir sie? Alle Blöcke. Block Weapons. Was hat man letztens? Interner Geschützturm. Nein. Gatling. Gatling Geschütz. Das hört sich doch nice an. Jo, das war's. So sah's aus. Und... Jawohl. Wieso kann ich das setzen? Äh. Ich hätte vielleicht... unten schon mal drücken sollen, wa? Aber ja, wir haben das ja sowieso noch drin. Dann... Jip. Mal her. War doch nicht das große, oder? Ich sollte es vielleicht nicht fertig schweißen. Hilfe! Am... Kontrollfeld... Gatling Geschütz. Block an. Inventar... Show in... Auf hat Anzeigen schießen. Dauer schießen nicht an. Bewegung bei... Inaktivität... Aus. Mit der Rohre an. Raketen anvisieren an. Kleine Schiffe anvisieren. Große Schiffe anvisieren. Charaktere anvisieren. Nein, das bin nur ich. Station anvisieren. Wenn einer kommt, ja. Target Neutrales. Aus. Förderbandsystem benutzen. An. Jawohl. Ich hoffe mal, das schützt mich jetzt. Inventar. Gatling Geschütz hat 36 drin. Vision nur 36. Da passt mehr rein. Ist egal, solange es nicht auf mich schießt. Ähm. Da oben ist es. Jawohl. Wo guckst denn du hin? Oh, den kannst du runterholen. Nein, da ist was drin! Lauf! So, Energie low. Da müssen wir mal wieder rein. Hier. Biet schön, dank schön. So, wir haben schon lange nicht mehr erkundet. Das könnten wir mal wieder machen, wa? Schmeißen mal die raus. Achso, die hat man. Den hat man nicht. Aber der ist mir auch so tief weg. Oh, hier sehe ich nichts von denen. Mining Carriage. Aha, der fliegt weg. Ich dachte schon, jetzt kriegen wir hier auch mal monströs auf die Busche. Da war es Gold. Ne, wegfliegen können wir noch gar nicht. Denn wir wollen ja jetzt auch anderen Antrieb nutzen mit... Vermehrt Uran. Vermehrt Uran, genau. Und dazu muss ich aber noch die Liste vom CV abarbeiten. Und das hieße, wie viel Licht habe ich denn dran? Nur die beiden hier vorne, ne? Zeige ich mal bitte. Licht. Hör mal. Ist ja gar nicht dran. Licht. So rum. Radius. Vignettierung. Was ist das denn? Exponentiell nennt das nichts. Quadratisch. Linear. Offset. From model. Aha. Ähm. Licht. Das war Offset. Sieht das anders aus? Mhm, 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 mhm. Wieso bleibst du nicht einfach hier drin? Blinken? Nein, blinken nicht. Blinken nicht. Intensität. Böpp. Volle Bulle. Das ist schon mal ein Schnieke. Und. Wo baue ich die nächsten Lichter dran? G. Alle Blöcke. Wo haben wir denn sowas wie Licht? Schaltkonsul noch? Nein. Ein Tor. Ich kriege ja noch Macke. Jetzt muss ich auch noch solche Blöcke suchen. Cockpit. Nein. Dekorative. Batterie. Batterie. Nee. Kleine Blöcke. Das war auch ein kleines Schiff. Alter, wo habt ihr das versteckt? Hier sind so viele Sachen jetzt mit Plus dran. Text drauf hin. Nein. LCD. Breiter LCD. Das interessiert mich alles nicht. Ich will das Licht sehen. Wie? Sowas zum Beispiel. Innenbeleuchtung. Die habe ich dort rangeklatscht. Kornerleiten. Nee, will ich nicht. Wo ist jetzt hier? Innenbeleuchtung? Da. Aber bei allen Blöcken findest du auch. Gut. Die ziehen wir mal hier raus. Ich will jetzt wissen, wo die Können sie hier so löschen? Jawohl. Wir wissen ja jetzt, wie sie aussieht. Hier siehst du nicht, ne? Nee, das sind ja die Panzerungsblöcke. Das sind nur die lustigen Sachen zur Deko. Nee, was? Reaktor klein? Was gibt es denn da noch alles? Riesenreaktor oder was? Antenne. Erzsensor. Den will ich in Jens groß haben. Übrigens. So, das hat man. Türen. Hangare. Sicherheits-Tore. Vertikales Fenster. Köder. Scheinwerfer. Hier sind sie. Aha. Das ist ein richtiger Scheinwerfer. Hm. Gut, gefunden aber. Mein, 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 mein. So, jedes Mal. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Sechs. Ja, kostet das nicht? Nachstandskomponenten. Willst du mich rollen? Direkt über die Füße? Jawohl, komm. Aber wenn man schon, genau. So, so. So. Und. Hinteren, mittel. Hat das ein hinteren, mittel? Das da. Ist hinteren, mittel. So, rum. Und direkt über die Füße. So, rum. Direkt über die Füße. So, die adden wir dann alle zum Licht mit dazu. Dann haben wir an den Seiten. Hinten brauchen wir auch noch. Ein paar mal unten drunter, ja, ne? Müssen wir auch noch ein paar bauen. So, das waren ja nur. Gar lustig. Komponenten. So. Ach so, unten drunter kommen wir. Doch, kommen wir. Ach, komm, hier. Fuh. Habt schon mal nicht so, ne? Lass dir was einfallen, hast du recht. So, unten drunter. Nee, bitte die neune. So. Zack. 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 Und. Zack. Einfach nur, damit wir hier nicht nur die Dinger anstreuen, was da? Sondern alle. Die Füße. Helle Füße ist nicht schlecht, aber ich will ja was beim Buddeln sehen. So. Vorne haben wir zwei hier. Rechts, links haben wir. Hinten fehlt. Hinten nahe ist. Neune. Da dran. Da dran. So. Okay, aber wir sind zur Seite. Nicht, dass ich hier noch selber Damage kriege. So, Hammerdäde. Fein. Licht haben wir dran. Licht ist ein. Ob jemand zu Hause ist, weil, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist erstmal Licht ein. Licht. So, Steuerungsteiste. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dies, 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 dies. Hammer alle. Aus, an, aus, äh, F. Sind, soweit wie man es sehen kann, Eis. Kontrollfeld. Licht. Ein. L. Sind nicht ein. Warum nicht? K. Innenbeleuchtung. Warte mal. Kann man die mit Shift bis da runter? Aus. Alle aus. Jetzt alle aus. Jawohl. Ja, manchmal ist das ein bisschen kompliziert. Ich stelle mich aber auch doof an. Und bei Licht müsste sie jetzt alle aus sein. Wenn wir sie jetzt alle anschalten. Immer noch nicht. Hä? Aber. Ich habe die doch hier mit dazu geedit. Zum Licht. Nee, habe ich nicht. Ich muss ja speichern drücken. Ah, ich schwachkopp. Warte. Aber. Hast du dir verdient, Arschloch? Ähm, habe ich jetzt nicht gesagt. Entschuldigung. Mann, ey, wie kann man so dämlich sein? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt einfach, guck in den Spiegel. Ah, schnauze. Ah, schnauze. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Speichern. Alles an. Guckst du hinaus, hast du Licht. Jawohl, guckst du drunter, hast du Licht. Oben drüber nicht. Ooooh. Merde. Hösnesnes. Ja, komm, hier. Neun. Klipp drauf. Zack. Zack. Man. Wieder zwei Möglichkeiten, Scheiße zu bauen. Ähm. Neun? Nee, nee. Kannst du? Kannst du nicht? Juh, dann kannst du auch nicht! Müssen wir ja hier. Ach, Mann, ey! So. Und dann haben wir da, wenn sie nochmal Licht. Licht am Fahrrad. Nein, bitte nicht. Ja. Reicht hier eine? Ja, hat zu reichen. Mano. So. Schmeiß dich mal da rein. Kontrollfeld. Licht. Runter bügeln. Innenbeleuchtung. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Weichern. Pause an. Damit sie alle auf der selben Intensität sind. Jawohl. Und das Ganze haben wir jetzt auf der 3. Jawohl. Flutbeleuchtung. Ich mach überhaupt nicht auf mich aufmerksam im Weltall. Nein. Ich bin auch kein Blink-Signal. Mh, Mann. So. Was hast du mir noch gesagt? Ich soll vorne den Lüfter abbehalten. Den da. Das hab ich auch eingesehen. Und es geht nur den Lüfter. Jawohl. Und soll da drauf eine Kamera bauen. Krügekammer. Ja, natürlich. Kamera will ich. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Wir sind nicht. Was? Wie groß? Nein. Bestimmt nicht. Gibt's hier eine Richtung? So. Und durch die Kamera. Die ist an. Jawohl. Ich seh es. Die nimmt auf. Nein, dann wäre sie rot. Durch die Kamera kann man irgendwie durchlunchen. Kontrollfeld. und dann den Zoom benutzen. R, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Kamera. Nö, nö, ach was. Kostümansicht. Ich sehe Pixel. Wieso ist die falsch rum? Hä? Die ist selten verkehrt. Nee, ich drehe das ganze Ding. Wie geht? Ich, weiss. Warte mal. Also kann ich zoomen. Ach so, dann ist die komplett steif. Ja, ja, ja. Habe ich verstanden. Ist doch kein Problem. So. Das darf ja ruhig. Stell mal bitte ab, bevor du hier irgendeinen Blödsinn machst. Ich kenne die Schwachkopp. Ich bin ja ich, genau. So. Wir könnten nicht. Natürlich. Ja, ich dachte schon, ich habe hier wieder irgendwas geboten gemacht, das durch den Tunnel rumfliegen. Mann. Wäre nichts Neues. Ähm. Bam, 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 bam. Geh. Ich sollte Blockweapons runterziehen. Gatling Kanone. Danke CV. Damit kann ich mit 5 dann mit der Maustaste rumballern. Na wieso 3500? So viele Schüsse haben wir da gar nicht mit. Moment. 5. Doch, so viel Schüsse haben wir mit. Alles klar. Fetzt. Schießen beide. Ja. Gut. Aufhören. Wir haben nicht so viel Magnetium. Ja. Dankeschön. Fetzt. Nice. Hat sich gelohnt. So. Jetzt sind wir bitte wieder die zwei in die Hand. Nicht, dass ich hier... Und dreh dich mal so rum. Ja. Sonst Ballasch in die Basis. Müssen wir nicht haben. Ähm. Ja. Schau. Geht schön. Fetzt. Das haben wir jetzt auch in der Leiste. Dann brauchen wir noch in der Leiste die Kamera. Blocktools. Gruppen. Atme, Batterien, Hydrogen, Licht. Alle Blöcke. Kamera. Da. Ansicht, oder? Das mal dann mit der 4. und dann... Oiaioiaiaia. 버� 好い的! 4... 4... Ne, ist wieder die Ansicht so. Ein F um die Ansicht zu verändern. Wir gucken jetzt direkt... Warte mal! Wir fliegen mal dahin. Genau. Man, es gab es dir. Und wenn ich mich jetzt so drehe, drehe ich mich nach links. Wieso denn das denn? Wenn ich jetzt mit F rausgehe, habe ich mich aber nach rechts gedreht. Und wenn ich jetzt mit 4 wieder reingucke, gucke ich auf Gold. Wenn ich nach links drehe, gucke ich auf Gold. Alter, ich werde Körme da. Habe ich die falsch rum eingebaut. Gibt es sowas wie falsch rum? Dass man die drehen muss? Alter. Auf jeden Fall habe ich schon meinen Zoom. Das ist nicht schlecht. Aber wir sind am Ende einer Runde. Komm mal raus hier. Schwach kommt, sonst machst du noch mehr kaputt. Wir haben einen Schild geschützt, was uns hoffentlich beschützt. Wir haben irgendwas da dran gemacht. Jawohl, eine Kamera. Wir haben jetzt mehr Licht. Wir können blinken und uns aufmerksam machen. Jawohl. Hat sich gelohnt. Ja, mach mal Licht an, damit wir hier auch was sehen. Fetzt. Ich bedanke mich für's reinschauen, vorbeischauen, zuschauen. Dankeschön. Wenn es dir gefallen hat, sind wir uns zur Wende in der nächsten Runde wieder. Zur natürlichen Runde. Space Engineers von Keen Software House. Dann sollte es mit dem Gerät auch weitergehen. Dann bauen wir einen anderen Antrieb. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Und Schäzikowski.